So liebe Freunde und willkommen zu einer weiteren Folge CISCO mit dem Patty und dem Heiko Hallo Patty ist ein bisschen müde und Heiko weiß ich nicht was mit dem ist Heiko ist... Heiko Ja genau Ivory Ivory, Ivory, was hast du gesagt? Ah Ja das ist eine Aufwärmphase Ah stimmt Da ist ein Bot, naja das sind Bots Na ja was für ein Bot denn Da ist Teamkameraden Komm her du Limmel Patty, Alter Also da spielt einer echt mit der Negev Ja Patty ist klar Glaub mir einfach den... Glaub mir einfach den Kill Ja mindestens Aua Ich hab Schaden bekommen von irgendwo Oh oh Ja die hab ich aufgehoben Negev Star Trek Alter was ist das für ein Ding? Hahaha Das ist ja übel krank Ist das erlaubt? Alter Du bist ja gerade an Killzreise Ne Du bist ja echt erst einmal Uiuiuiui Äh das geht weg Oh fuck Ja gut der hat uns nicht geholt Da kann ich nichts machen Das ist für Team Nein Ähm Arwe Ich hab nicht für die Arwe einen Skill Ja ich auch Oder für die M4A4 Wer ist denn blau Heiko oder? Bitte oder? Da ist Heiko blau Heiko geh mal gucken Hahahaha Das ist der mit der Nege Alter ich hab ihn Haha Ja ist klar Fehlt noch Geht raus So spielen wir uns ein bisschen ein Sag mal wie lange ist die Auffärmphase Na ja irgendwie verbindet sich einer und er hat Nein Doch jetzt Alter wie lange hat er es im Laden gebraucht? Ouh leid wie ich den nicht gesehen habe Achtung. Was? Ich hab nur noch 400. Der hat mich abgestochen. Alter, der Spiel wieder... Hat der... Hat der... Hat der mit der NECF echt grad gegen eine Pistol verloren? Ja. Aber die... Es war so weiter geil. Na? Ja, ist klar, Alter. Schon wieder. Ich hab keine Arbeit mehr leisten. Ich hab keine Arbeit mehr leisten. Jetzt... Jetzt beginnt's endlich. Oh, Paddy, hab ich mich noch vor dich gedrängelt. Was ist noch was? Ne, warum? Äh, was gehen wir denn? Ähm, ich geb B. Was, echt? Ja. Ja, schon. Free... Free to B, jawoll. Okay. 3-2-B, okay. 3-2-B. Äh, Paddy, du bist jetzt alleine bei B. Ich guck mich nicht, geh B. Gleicher. Ich guck A kurz. Mach's jetzt wahrscheinlich ein B-Rush oder so. Weißt du, guckst A kurz, Juli. Ja, A kurz ist nix. Ja, guck jeder da. B ist auch nix. Ich geh von hinten rum. Ich geh von hinten rum. Ich geh von hinten rum. Ja, aber da war jetzt nur einer. Mann! Wo war der? Wo war der? B ist einer, der das nicht kommen hat. Ist noch einer. Ich kann's nix sehen. What the hell? Alter. Oh Gott. Ich bin einfach plötzlich tot gewesen. Ich hab ihn nicht gesehen. Ja klar, Juli. Kill ihn einfach mal. Juli. Juli! Ich meine, hä? Der hat nicht nach... Oh lol. Der hat nicht nachgeladen. Oh nee. Was denn? Er hat ne Fähne, Maske. Müssen wir uns umbringen, Alter. Den P-Psycho. Da ist eh wieder Filberspieler dabei. Ich sag's dir. Ich mach noch ne Echo. Oh nein, so viel Zeus gekauft. Nee, ich geh mit B's bitte. Was? Ich geh mit B. Ich geh wieder A kurz. Nein, du gehst B. Naja, ich geh mit der Zeus A kurz. Warte, ich geh A lang mit der Zeus. Nein, nein. Ich brauch auf jeden Fall welche bei A kurz. Irgendwann hat mich halt angeschossen. Scheißdreck. Ihr seid jetzt A... 3 A lang. Wollt ihr mich verarschen? Diesen B, diesen B, diesen B. So, dann geh mir mal B. Wo ist... Wo ist der Ding ins Chat? Ich will nicht an alle. Alter. Bisschen geflasht. Kann ich Spiele empfehlen. Ich will ihn mir nicht empfehlen. Denn ohne... Wie sitzt, Alter, wo ist... Scheiße, man nicht hin an der Ecke. Der ist da... Ist klar, Alter. Der ist da nicht in den Chat. Team Chat. Juli, wo ist der? Uh. Uh. Ah, okay. Hä? Hä? Ist das da nix? Pistol, Alter, ne? Mhm. Ich glaub, der geht so was aus. Ja, überhaupt nicht übertrieben. Puh. Diese Reflexe, ne? Das ist ein echtes Hammer. Ich gönne mir... Fuck, was hab ich jetzt gekauft? Das will ich auch gern mal wissen. Ach du Scheiße. Okay, dann muss ich in B. Dann muss ich B gehen. Ähm... Flash, Flash. Nein, keine Rauchgranate. Da, Ben. Ja, die kommt mit. Also, du bist schon vorne. Jetzt... Jetzt gehen wir zum Dritt B, Alter. Ernsthaft. Oh! Bombe liegt B. Ich seh nix, ich seh nix, ich seh nix. Einer hab ich weg. Einer hab... Feuer. Einer hab ich... Von hinten, von hinten, von hinten, von hinten. Ja, ist klar, Alter. Als ob ich dich nicht mit dem Hedger weggezogen hab. Ne, 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 der kommt da nicht raus. Ich konnte sie knicken. Bleibt da jetzt, ja. Uli. Ja, mal. Sweet, Uli. Will die jemand, oder? Ja, die will ich dann. Okay. Halt dich voll, gell? Äh, wo bist'n du? Hier, nehm dir. Okay. Ja, nice. Ich muss mir noch... Kevlar und Helm und... Ähm, zwei Flash kaufen. Ich geh... Gehst du B? Ich geh B. Okay, gut. Oh, ich geh auch. B. 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 Willi? Hm? Wichst und gut. Okay, nice. Warum, 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 warum? Die Sniper nicht? Flippers kennen dich, Alter. Sniper kennen dich, ist geil. Ich gehe... Weiß ich nicht. Was geh ich denn? Bin ich auf der Seite? Okay, bin ich auf der Seite und dann gehe ich B. Äh, A, äh, ja. Bisschen verwirrt. Jetzt bist du alleine bei B! nehmen wir das mitte noch nicht schaffen die ok diesen kurz habt ihr alles in kontrolle bis jetzt noch ja ist klar ja ich habe nur zwei mal getroffen ja Ja, 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 ja. Alter, wir whacken 490, Alter. Danke, Julio. Kein Problem, willst du irgendwas, heute? Naja, meine Schnappe sind nicht ähnlich mehr, weil ich die von dir erklärt. Oh, ich hab ne Blendgranate von dir, haha. ich gehe wieder wenn die auch mit die auch snipen weiß es nicht aber niemand ist jetzt richtig genau ich guck akkotz 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 ok gott akkotz ist weg akkotz ist nochmal weg ich hab mich noch gar nicht gesehen gehabt bombisch bombisch mitte fuck mitte 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 drei stück mitte zwei stück mitte was verarschen schrotze was müsst ihr machen der hat nicht mal zu mir hochgeguckt doch hat er guck im video ich hab ich hab ich hab's im ding heiko pass auf der kann von oben kommen nicht von hinter dir oder da so ist es aber wieder eine geile runde trotzdem nehme ich die auf und du noch so hell warum willst du denn auf ich habe ich habe 13.000 habe ich mir eine zeus gekauft ich habe doch keine ich habe jetzt wieder keine rauchgranne ok we are wasting time let's go smoke einer ist mitte weg ich guck mal mitte ich siehre haben ich sehe heiko 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 devi von links hm ja zwei weg bombe liegt mitte ich bin zufrieden rete und bin zufrieden die bombe liegt da Leck mich am Arsch, Alter. Mann, ey. Leck mich doch. Loll. Wir blockieren uns. Oh, ich hab so viel Geld. Voll ungewohnt, ne? Ja. Du machst mir immer so im Nullbereich. Ja. Aber echt, ey. Ich brauch so ein Messer, der mal geil, so ein Neues. Now it's easy. Du brauchst uns nicht schreiben, wir spielen das nicht zum ersten Mal. Fuck, Mitte ist einer. Ja, ist klar, Alter. Ich glaub, die gehen B. Ja. Fuck. Ich muss nämlich einfach weiter. Ich wollte einfach mal irgendeiner mit mir beheben. Hä, wo steht denn der bitte? Mann, das war ein Lack-Tresch. Pass auf, lass. Der war bei... In die Ecke ist ein Stück, ja. Komm. Kriegst du, Juli. Spann dich. Willen kacken und danach abdrücken. Gegen 5, ich hau ab, Alter. Ja, du hast gut abgehauen. Puh. Ja. Auf jeden Fall. Ich geh gegen 5. Ich brauch einfach mal jemanden, der mit mir B geht. Ja, ich geh mit dir B. Was brauch, was brauch ich denn? Ach, das da. Sei es, jetzt hab ich einen Raubkorn oder der gekauft. Ich geh mit dir B. Hey, klar, Alter. Er sieht mich nicht einmal. Oh, der Witz. Ich geh in 100 Pro wieder B. Alter, Alter. Ähm, lol. Einer ist A. Alter, was macht der für einen Scheiß Schaden? Der war in der Mitte. Der war noch zu zweit. Ja, die, pass auf, der war in der Mitte. Wo? Einer war in der Mitte, der hat mich getötet. Der mit der Glowens-Maske. Mit der Payday-Maske. Ist klar, Alter. Ja, genau, der. Ja. Voll Sinn von sowas. Ich geh mit dir ins Kippen. Ich geh mit dir ins Kippen. Boah. Den sieht er nicht, oder was? Leute, der hat das überlebt. What the fuck? Er hat da nicht gerade eben. Er hat da 150 HP, oder? Ich lasse es einfach mal so im Raum springen, okay? Und sage einfach mal nichts dazu. Voll geil. Ich geh mit dir ins Kippen. Juli, hast du Smoke? Nee. Okay. Ich geh mit dir wie der Berg. Ja. So, okay. Ja, doch. Die sogar gut sind. Fast. So, was ist denn? Niemand da? Ernst? noch eine S.A. okay, pass auf, ich mach Mitte, ich mach Mitte hier nix, hier nix, hier nix Einer ist Alarm IS KLAAR! der schreckt oben bei Alarm ok, ist weg einer lebt noch die Bombe, oder? ja, der ist hinten bei sich am Spawn ja, der ist lila hart ganz hinten am Spawn Paddy der braucht ne Sniper, ja Achtung ne der war leicht daneben ja ha 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 ja nice geruscht Heiko lol ich hab den Killer aber nicht aber ohne Witz WHAT ich denke mal, der wird A-Wel haben mit A-Wel macht ja ultra Schaden ja wenns auch A-Wel macht One-Hit ich geh nicht mehr B ich geh nicht mehr B alter, leck mich let's go boah, perfekt ey 2B und 3A alle alleine das ist wirklich perfekt boah, kann Lila mal Silent machen ok, jetzt schießen sie ja plötzlich alle ja ah, langes Clear ah, langes Clear wie ist ein Anti-Terror ist doch gut ja ne, weil ich grad gestorben gewesen bin ah, Demonstration ach so noobs haha ja ok, wieder 3A ok, das passt Heiko Alan da ist Lila ok da ist er am Arsch hello da kommt Alan einer perfekt passt kommt da noch einer ne dann komm ja, ist klar da One-Shot mit der P90 die sind B 3 Stück sind B ich werde der Einzige in der Bombe einer ist in der Mitte Lila Luli, B ist nur nicht geblendet glaub mir doch einfach mal ah wo ist der? wo ist der? an dem Eingang von also wo jemand hinten reinkommt genau da hat der rechts gekämpft ok, gut gleich rechts hat er gekämpft ne, wir haben schon ach so I'm defusing the bomb oh, der hat eine AW mhm, war meine willst du die bitte? mhm wie viel Geld hast du? ja komm 3500 ne, 11000 jetzt das bin ich oh ähm, 3000 mehr 50 da